Florence Scovel-Shinn Das Spiel des Lebens und wie man es spielt Übersetzt und gesprochen von Susanna Belloni Kapitel 2 Das Gesetz des Wohlstands Ja, der Allmächtige wird deine Verteidigung sein und du wirst viel Silber haben. Eine der großartigsten Botschaften, die der Menschheit durch die Heilige Schrift gegeben wird, ist, dass Gott die Versorgung des Menschen ist und dass der Mensch durch sein gesprochenes Wort alles freigeben kann, was ihm durch göttliches Recht zusteht. Er muss jedoch völlig vertrauen. Jesaja sagte, mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern wird vollbringen, wohin es gesandt wird. Wir wissen jetzt, dass Worte und Gedanken eine enorme Schwingungskraft besitzen, die den Körper und auch die Angelegenheiten eines Menschen immer wieder formt. Eine Frau kam einmal zu mir und sagte, sie sei in großer Not, denn sie solle am 15. eines Monats auf 3000 Dollar verklagt werden. Sie wusste aber nicht, wie sie das Geld herbeischaffen könnte und war schier verzweifelt. Ich sagte ihr, Gott ist ein Vorratsverwalter und dass es für jeden Bedarf einen Vorrat gibt. Also sprach ich das Wort. Ich bedanke mich dafür, dass die Frau 3000 Dollar zum richtigen Zeitpunkt auf die richtige Art und Weise erhalten wird. Ich sagte ihr, sie müsse absolut festen Glauben haben und nach diesem absolut festen Glauben auch handeln. Der 15. kam, aber es war kein Geld eingegangen. Sie rief mich an und fragte, was sie tun sollte. Ich antwortete, es ist Samstag, also werden sie dich heute nicht verklagen. Sie bat mich, mit ihr zu Mittag zu essen, um ihr Mut zuzusprechen. Als ich mich ihr in einem Restaurant anschloss, sagte ich, das ist jetzt nicht die Zeit zum Sparen. Bestell ein teures Mittagessen und tu so, als hättest du die 3000 Dollar bereits. Alle Dinge, um die ihr im Gebet bittet, werdet ihr empfangen. Du musst also so tun, als hättest du es schon bekommen. Am nächsten Morgen rief sie mich an und bat mich, tagsüber bei ihr zu bleiben. Aber ich sagte, nein, du bist göttlich beschützt und Gott ist nie zu spät. Abends rief sie wieder ganz aufgeregt an und sagte, meine Liebe, es ist ein Wunder geschehen. Ich saß heute Morgen in meinem Zimmer, als es klingelte. Ich sagte zum Dienstmädchen, lass niemanden herein. Das Dienstmädchen jedoch schaute aus dem Fenster und sagte, es ist ihr Cousin mit dem weißen Bart. Also sagte ich, ruf ihn zurück, ich würde ihn gerne sehen. Er bog schon um die Ecke, als er die Rufe des Dienstmädchens hörte und zurückkam. Er sprach etwa eine Stunde lang und gerade als er ging, fragte er, ach übrigens, wie geht es deinem Finanzen? Ich sagte ihm, ich bräuchte dringend Geld. Und er meinte, meine Liebe, ich gebe dir am ersten des Monats die 3000 Dollar. Ich wollte ihm nicht sagen, dass ich verklagt werden würde. Was sollte ich tun? Ich würde es nicht vor dem ersten des Monats erhalten. Und ich muss es aber morgen haben. Also sagte ich zu ihr, ich werde dich weiter mit Worten behandeln. Nämlich mit dem Spruch, der göttliche Geist ist nie zu spät. Ich danke ihm, dass er das Geld auf unsichtbare Weise zu ihr bringt und dass sich das Geld rechtzeitig manifestiert hat. Am nächsten Morgen rief ihr Cousin sie an und sagte, komm doch heute Vormittag in mein Büro und ich gebe dir das Geld. An diesem Nachmittag hatte sie 3000 Dollar auf ihrem Bankkonto und stellte Schecks aus, so schnell es in dieser Aufregung nur ging. Wenn man um Erfolg bittet und sich auf Misserfolg vorbereitet, wird man die Situation bekommen, auf die man sich vorbereitet hat. Zum Beispiel Ein Mann kam zu mir und bat mich, das Wort zu sprechen, das ihm eine bestimmte Schuld getilgt würde. Ich stellte aber fest, dass er viel Zeit damit verbrachte, zu planen, was er dem Schuldner sagen würde, wenn er seine Rechnung nicht bezahlen könnte. Wodurch aber meine Worte neutralisiert werden. Er hätte besser nachdenken sollen, wie er die Schulden bezahlt. Der Mensch muss sich auf das, worum er gebeten hat, vorbereiten. Auch und vor allem, wenn nicht das geringste Anzeichen dafür in Sicht ist. Ein Beispiel. Eine Frau musste in dem Jahr, in dem in New York Wohnungsmangel herrschte, eine Wohnung suchen. Es wurde als beinahe unmöglich angesehen. Ihre Freunde hatten sogar Mitleid mit ihr und sagten, du solltest deine Möbel einlagern und in ein Hotel ziehen. Doch sie antwortete, du brauchst mich gar nicht zu mir mitleiden. Ich bin ein Genie und ich werde eine Wohnung bekommen. Sie sprach die Worte, unendlicher Geist, öffne den Weg für das richtige Apartment. Sie wusste, dass es für jeden Bedarf einen Vorrat gab und dass sie bedingungslos war, auf der spirituellen Ebene arbeitete und dass eins mit Gott die Mehrheit ist. Sie hat ja auch mit dem Gedanken gespielt, neue Decken zu kaufen, als die Vernunft ihr widersprach und meinte, Kauf die Decken nicht, vielleicht bekommst du ja keine Wohnung oder du wirst sie gar nicht brauchen. Sie antwortete prompt zu sich selbst. Ich werde meine Gräben graben, indem ich die Decken kaufe. Also bereitetete sie sich auf die Wohnung vor und tat so, als hätte sie sie schon. Auf wundersame Weise fand sie ein Apartment. Und es wurde ihr zugeteilt, obwohl es über 200 andere Bewerber gab. Die Decken zeigten also aktiven Glauben. In diesen spirituellen Schwung der Dinge zu kommen, ist für die meisten Menschen keine leichte Angelegenheit. Die negativen Gedanken des Zweifels und der Angst steigen aus dem Unterbewusstsein auf. Sie sind die Armee der Außerirdischen, die in die Flucht geschlagen werden müssen. Dies erklärt auch, warum es oft am dunklesten vor der Morgendämmerung ist. Einer großen Demonstration gehen meist quälende Gedanken voraus. Denn nachdem man eine Aussage mit hoher spiritueller Wahrheit gemacht hat, fordert man die alten Überzeugungen im Unterbewusstsein heraus. Und Irrtümer werden aufgedeckt, um ausgelöscht zu werden. Dies ist aber auch genau die Zeit, in der man seine Bestätigung der Wahrheit wiederholt machen und sich freuen und danken soll. Für das, was man bereits empfangen hat. Das bedeutet, dass jede gute und vollkommene Gabe bereits dem Menschen zusteht und nur auf seine Anerkennung wartet. Der Mensch kann nur empfangen, was er selbst sich empfangen sieht. Den Kindern Israel wurde laut Bibel gesagt, dass sie alles Land haben könnten, das sie sehen können. Das gilt für jeden Menschen. Er hat nur das Land in seiner eigenen mentalen Vision. Jedes große Werk, jede große Errungenschaft wurde durch das Festhalten an der Vision zum Ausdruck gebracht. Und oft kommt kurz vor der großen Errungenschaft offensichtliches Scheitern oder Entmutigung. Als die Kinder Israel das gelobte Land erreichten, hatten sie Angst hineinzugehen. Denn sie sagten, es sei voller Riesen, die ihnen das Gefühl gaben, so klein wie Heuschrecken zu sein. Diese Erfahrung macht beinahe jeder Mensch. Derjenige dennoch, der das geistige Gesetz kennt, wird durch das Sehen nicht irritiert und freut sich, während er noch in Gefangenschaft ist. Das heißt, er hält an seiner Vision fest und dankt dafür, dass das Ziel erreicht ist, dass er es bereits empfangen hat. Der Mensch muss also immer die Vision vom Ende seiner Reise haben und die Manifestation dessen verlangen, was er bereits empfangen hat. Es ist vielleicht seine perfekte Gesundheit, Liebe, Versorgung, Selbstdarstellung, sein Zuhause oder seine Freunde. Sie alle sind vollendete und perfekte Ideen, die im göttlichen Verstand, also dem eigenen Überbewusstsein registriert sind und durch ihn kommen müssen, nicht zu ihm. Noch ein Beispiel. Ein Mann kam zu mir und bat um eine Behandlung für den beruflichen Erfolg. Es war unbedingt erforderlich, dass er innerhalb einer bestimmten Zeit 50.000 Dollar für sein Geschäft aufbrachte. Die Zeitfrist war beinahe abgelaufen, als er verzweifelt zu mir kam. Niemand wollte in sein Unternehmen investieren und die Bank hatte einen Kredit rundweg abgelehnt. Ich antwortete, ich nehme an, Sie haben in der Bank ein wenig die Beherrschung verloren, also auch Ihre Macht. Sie können jede Situation kontrollieren, wenn Sie sich zuerst selbst kontrollieren. Gehen Sie also zurück in die Bank, fügte ich hinzu, und ich werde Ihnen helfen. Meine Behandlung war, Sie identifizieren sich in Liebe mit dem Geist aller, die mit der Bank verbunden sind. Lassen Sie die göttliche Idee aus dieser Situation, aus diesem Gefühl herauskommen. Er antwortete, Frau, Sie sprechen von einer Unmöglichkeit. Morgen ist Samstag, die Bank schließt um 12 und mein Zug geht erst um 10 und die Frist ist morgen abgelaufen und Sie werden es sowieso nicht tun. Es ist zu spät. Ich antwortete, Gott braucht keine Zeit und ist nie zu spät. Mit ihm sind alle Dinge möglich. Ich weiß ja nichts über Geschäfte, aber ich weiß alles über Gott. Er antwortete, das klingt ja alles gut, wenn ich hier sitze und Ihnen zuhöre, aber wenn ich rausgehe, ist es einfach nur schrecklich. Er lebte in einer entfernten Stadt und ich hörte eine Woche lang nichts von ihm. Dann kam ein Brief. Darin stand, Sie hatten Recht. Ich habe das Geld bekommen und werde nie wieder an der Wahrheit von dem zweifeln, was Sie mir gesagt haben. Ein paar Wochen später traf ich ihn wieder und fragte ihn, was ist passiert. Sie hatten offensichtlich doch genug Zeit. Er antwortete, mein Zug hatte Verspätung und ich kam gerade 15 Minuten vor zwölf dort an. Ich ging leise in die Bank und sagte, Ich bin wegen des Kredits gekommen und sie gaben ihn mir ohne eine Frage. Das war in den letzten 15 Minuten passiert und der unendliche Geist war nicht zu spät. In diesem Fall hätte der Mann nicht allein manifestieren können. Er brauchte jemanden, der ihm half, an der Vision festzuhalten. Das kann ein Mensch für einen anderen tun. Jesus Christus wusste um die Wahrheit, als er sagte, Wenn zwei von euch sich auf Erden einigen, was sie erbitten, so soll es ihnen geschehen von meinem Vater im Himmel. Man kommt seinen eigenen Angelegenheiten viel zu nahe und wird zweiflerisch und ängstlich. Aber der Freund oder Heiler sieht vor seinem inneren Auge klar den Erfolg, die Gesundheit oder das Gedeihen und er schwankt nie, weil er nicht so nahe an der Situation dran ist. Es ist viel einfacher für jemand anderen zu demonstrieren oder manifestieren, als für sich selbst. Daher sollte eine Person nicht zögern, um Hilfe zu bitten, wenn sie schwankt. Ein aufmerksamer Beobachter des Lebens sagte einmal, Kein Mann, Mensch kann scheitern, wenn ihn jemand andere erfolgreich sieht. Das ist die Macht der Vision. Und manch ein großer Mann hat seinen Erfolg einer Frau, einer Schwester oder einem Freund zu verdanken, die an ihn glaubten, ohne zu schwanken und am perfekten Muster festhielten. Das war Kapitel 2 aus Das Spiel des Lebens und wie man es spielt Das Gesetz des Wohlstands von Florence Scoville Shin Gelesen und übersetzt von Susanna Belloni Vielen Dank fürs Zuhören Und bis zum nächsten Mal Das göreide Das Wort Was ist jede Erfahrung? Vielen Dank.